Das Deutsche Rote Kreuz hilft weltweit. Sowohl in Notsituationen, bei Katastrophen oder Konflikten, als auch beim Wiederaufbau und in der langfristigen Entwicklungshilfe. Ob Überschwemmung, Erdbeben, Hungersnot, Epidemie oder bewaffnete Auseinandersetzung. Wenn Menschen in Not geraten, werden wir aktiv. Ohne unsere Ehrenamtlichen könnten wir all das nicht leisten. Allein in Deutschland engagieren sich über 400.000 Menschen für das Rote Kreuz und setzen sich täglich für mehr Menschlichkeit ein. Egal ob auf dem Wasser, im Gebirge oder auf einer Großveranstaltung. Unsere Hilfe ist so vielfältig wie Deutschland selbst. Und manchmal helfen wir etwas verrückter. Lars Wertmann vom Roten Kreuz in Sachsen schwimmt freiwillig jeden Tag durch die Talsperre Malta und sammelt damit Spenden für bedürftige Kinder und Jugendliche in der Region. Unter dem Namen Malta Falter kann man dem dichtenden Schwimmer dabei täglich auf Instagram bei seiner Mission folgen. Unterstütze sein Engagement und hilf auch du, Kindern eine Freude zu machen. Gerade jetzt zu Weihnachten. Hilf uns, anderen zu helfen. Werde auch du zum Weihnachtsretter. Spende für das Deutsche Rote Kreuz. Zum Beispiel für den DRK Kinderhilfsrund. Zerheil! Zerheil! Unterkgut des Zerchitzel-Hierbe des Skates